Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 in der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.02 Beta Revision 900 in der letzten Folge haben Kill Bill und Mary zusammen mit Pick Hunter den voll krassen Flammen-Entgegner kaputt gehauen in zwei Folgen krass. In den letzten zwei Folgen haben wir gegen den gekämpft, voll heftig, Alter. Und den haben wir voll weggeknallt, Alter. Ja, in dem vollgeknallt. Den haben wir weggebankt. Richtig hart gebankt haben wir den. Den haben wir ganz hart gezeigt. Und deswegen spiele ich jetzt auf meiner geilen Trommel. Ja, jetzt wüsste deine Trommel bämmen. Oh ja. Und jetzt haben wir wieder geile 80er Jahre, Mucke. Ach, warum leuchtet das noch? Das stimmt. Ja, da müssen wir uns ja merken, was wir gemacht haben, dieser Scheiße. Ja, aber das da unten, das ist ja nicht das. Das ist ja weiter unten. Ne, ne, das ist das. Das ist schon das. Wie ist der drückende Hitze? Passt schon. Teil der Flammen, hm? Naja, ne, hast du schon. Keine Ahnung, müssen wir uns halt merken, na, was wir machen. Also dann bitte ein bisschen Struktur reinbringen. Ja, dann fangen wir von unten an. Ja. Ja. Das ist jetzt im Mittel dieser Planlos. Dann lieber die rechts da. Hä, was ist denn hier planlos, wenn ich von links nach rechts lese? Hm. Von unten nach oben und von links nach rechts ist doch logisch. Ja, der ist aber links nehmen müssen. Na, scheißegal. Wir nehmen jetzt den. Nein. Das war ja ein Pixelchen weiter unten. Ja, gut. Jetzt wollen wir hier auch noch nicht, oder? Nee. Schwieriger Tanz. Naja, ich weiß, so ist halt so wahr. Ist das mit Illusionen, oder war das jetzt Corona-Trigger? Äh, Dono, was widersprechen. Wie viele Prozesse haben wir jetzt eigentlich schon auf allem? Ach, da. Ja, ist der letzte Portion, wenn es genau hören willst. Ja, gut, dass du das im Blick hast, finde ich nicht. Ja. Wo ich doch der bin, der hier aufnimmt. Ja. Wir spielen das Ganze übrigens aus der Sicht von Picanta, falls ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet. Bin ich, Mann. Das ist so. Warum sagst du viel? Was? Ich hab gesagt, wo bin ich, Mann. 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 Der pick, der denkt wieder nur an böse Sachen. Ich denke an die Sachen, die ich höre halt nur das, was ich hören will. Ja, guck mal. Deswegen Sieg. 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 Oh, ja. Das sah wirklich so aus, ja. Und das ist so. Das ist so voll die krasse Scheiße. Ich hab' dich aufwärmen. Ja, wir müssen jetzt ja erst Tote, Mönch, Amun, wie er auch immer heißt. Mussten wir erst. Na, irgendwas schon nicht. Naja. Jedenfalls. Aber hier so und so weiter. Kaul Quappus. Kech, deine Kaul Quappus? Ja, aber ich würde den so nennen. Sieg schon? Ja. Kaul Quappus. Aber wir sind hier richtig. Ich kann mich erinnern. Ja, dann. Ja, natürlich. Kibbel geht einfach hoch. Lalo. Geil. Klar, ich hab' das mal wegwerben. Das Ding da. Das ist voll der Wegwerfgegner. Warte mal, ich will wissen, wie er heißt. Shouyu-Kön. Stachelzucker. Stachelzucker. Stachelzucker, es ist ein Fildernamen, ey. Stehst du? Ich glaube, du müssen so. Nein. Ich glaube, du links. Ich höre ich links, wo eh ne Falle. Drachen-Extra 30 entsteht. Voll das Kacka, wie ich ey. Boing. Also, Hara, ich glaube, wir müssen super hoch. Haut. Die Packung Öl. Ne, wir sind es am Verrecken. Oh mein Gott. Loser, ey. Aber du hast ja eingekarpt, ne? Hast ja auch... Ja, ist... Scheiß. Natürlich total mega scheiß jetzt gelaufen, ne? Wieso, der Picard auch eingekarpt, in Heldung? Ja, aber es hat die Bild für mich alle so ziemlich halbtot sind und so. Die ist auch stark, die Echse. Ist voll stark. Voll stark, ey, ey, voll der Endboss. Der Endgegner. Viel Glück, das ist für mich. 64, 63 pro Schlag. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Aber wir sind underleveled. Was? Das kann man auch nicht bewegen. Okay, du bist, du bist, du bist, ich. Nein, bin ich nicht. Doch, wer bist du? Wer kämpft er als ich? Wer hat jetzt gerade das Bäschen gezündet? Ich nicht. Also wer auch... Scheiße. Ich bin ich. Jetzt bin ich, jetzt bin ich der Picard, der Zoran. So, jetzt habe ich ihn weggemacht. Jetzt bin ich ich, ich wiederum ich. Okay, ich bin... Ich bin verwirrt. Also nicht verwechselnd, ich bin nicht ich. So, ich bin immer raus hier, weil ich bin nicht ich. Wenn ich, wenn ich, du wär, wär ich lieber ich. Ja, ich bin immer... Ja, Mann, da bist du jetzt... Totale Verwirrung immer. Immer die da, ihr geht es verlos. Ich bin niemand. Ich werde auch nie... Ja, und er ist so gerade gelaufen. Oh, du bist... Nein, das ist der Computer. Das ist der Computer. Das heißt, gehen wir hier unten links. Ich glaube, da war eine Speicherstatue. Ich bin nicht alles irrt. Ah, verdammt. Ja, das ist nicht... Nee, das ist dauerhaft, glaube ich, und dann noch einen Moment. Ich bin kummer hier oben. genau das ist nicht mal was das ist voll die gegner kommen das abhören ja das bringt so nicht immer ein seil wenn du kannst du sohn dann habe ich doch einfach kann zu nehmen kannst du nehmen ich sehe gerade nichts von dem menu kannst du nicht sein kann sein muss in die seite ja wir haben nicht gekauft okay dann tun wir einmal zurück dass er nicht gekauft wenn du sollst er voll kaufen erst mal wirklich viel aus der grüße ja jetzt wird gekauft und dann lass mal die gegner jetzt einfach ab ich kann dich nicht heilen du bist so weit weg hör doch einmal auf geh da runter und lass das jetzt ja weil jetzt so wird das nix oder ihr könnt nicht da runter oder was das greift denn jetzt an ich habe nicht mehr was gedrückt ich bin ich jetzt gehe denn da runter und wer geht denn da runter warum bin ich jetzt du ist egal wenn wir sterben dann sind wir halt wieder zurück beim letzten speicherpunkt also es ist ja stimmt eben stimmt das machen wir das machen wir gerne da gespeichern können machen muss stimmt jetzt nicht weiter weil wir gestorben sind time out time out mary ist geflogen gut dann wollten wir ja gerade beim speicherpunkt weiter machen da kommen die aufnahme da haben wir die beendet beim speicherpunkt da kann sich jetzt komplett knicken und einfach eine neue machen und mal ein paar seile und verkaufen und vor allem mal einkaufen genau wir haben nämlich jetzt gelernt das war jetzt ganz schön blöd ohne einkaufen ich glaube wir sind beim speicherpunkt wir müssen jetzt einkaufen wir müssen vor allem unterbrechen aufhören